Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Spec Ops The Line auf meinem Kanal. Hey, warum haust du? Was soll denn das? Du Two-Face. Achso, die gehören zu mir. Alter, oder? Ah ne, das sind nur Statuen. Ja, ja. Ja, ich dachte, die schießen mit. Er hatte nur noch zwei Tage bis zur Pensionierung. MG, rechts. Tja. Der RPG bei der Tanzfläche. Nein. Ach, jetzt werde ich getroffen, ich schwöre. Der hatte einen Hund vielleicht. Nein, keine RPG. Ja, ganz ehrlich, der will ein schlechtes Gewissen reinmachen, wie die Leute töten, aber dass die uns töten wollen, da denkt der nicht drauf, oder? Na, guck mal raus, guck mal raus, guck mal raus. So nicht, mein Freund. Er hatte Frauen und Kinder. Denk denn niemand an die Kinder. Vielleicht habe ich auch Frauen und Kinder. Arsch. Ihr macht aber alles wieder sauber, ja? Oh, oh. Danke dir, Leute. Wie eine Wassermelode nach dem Gallagher sie in die Finger gekriegt hat. Ah, so komisch, der Mann. Oh, Mann. Ich warte mal auf die anderen. Achso. Woher noch so alte Gewalt, Leute? Liegt's an den Videospielen? Jede Wette, die sind schuld. Ganz sicher. Die machen ultra-aggressiv und ja, da habe ich kein Kommentar dazu eigentlich, weil das ist lächerlich. So. Ich habe wieder Musik. Hey, die sieht ja voll geil aus, ja. Oh, geil. Die Verstärkung ist wahrscheinlich schon unterwegs. Deine Auftritt, Logo. Der Sender muss in Nullkomman nichts laufen. Klar. Nur keine Sorge, ich verstehe mein Handwerk. Agrafresh Premium. Oh. Ey, geil. Die können wir nehmen. Und damit kämpfen. Woohoo. Hä, was ist das? Ganz interessant, was da alles liegt. Warte, na. Ich gucke gerade nur ein bisschen in jede Ecke wegen Geheimnisse. Hier liegt einfach mal Munition. Da liegt wieder so eine Super Soaker. Na gut. Oh. Okay. Hey, Jungs. Hehe. Das ist, das ist doch nicht echt. Ich meine... Die Uhr läuft, Logo. Bin dabei. Das ist ein Spezialteil. Kann weilchen dauern. Was ist das? Sind das Stimmen? Ganz ruhig, G.I. Joe. Ist nur ein Wolkenrecht. Wir hören das hier andauernd. Ein was? Ein Signal, das von der Sturmband abprallt. Hey! Hört euch den Streber an! Ah, steht's im Lehrbuch. Sie haben dieses ganze Sendersystem aus Ersatzteilen zusammengeschraubt. Beeindruckend. Ach, naja. Also, das haben jetzt Sie gesagt. Ich sehe, Sie haben den Sender verstärkt. Aber wie weit reicht das Ding wirklich? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oder bis zur Sturmband. Ist dasselbe. Bullshit. Oh, ihr Kleingläubigen. Sie sind live und auf Sendung, mein guter Mann. Sagen Sie was. Wow, das ging leichter als erwartet. Danke. Bleib mir vom Leib, verdammt. Hast du den Verstand verloren? Bist du wirklich so scheißnaiv? Wegen ihm hatten wir ständig die 33. im Arsch. Der hätte uns nicht einfach abziehen lassen. Ich hab getan, was nötig war. Das hast nicht du zu entscheiden. Leck mich. Ich hab's getan. Schluss jetzt. Wir klären das später. An alle, die mich hören. Ich bin der Commander der US-Evakuierungskräfte. Wir sind hier, um sie zu retten. Aber zuerst wird die 33. für ihre Taten bezahlen. Sie enttäuschen mich, Walker. Sehen Sie nicht. Niemand verlässt Dubai. Ich hab's versucht. 1300 Männer, Frauen und Kinder tot. Wenn Sie nicht aus meinen Fehlern lernen wollen, kann ich absolut nichts mehr tun. Ihr Blutzoll ist hoch genug. Leben Sie wohl. Scheiße, in Deckung. So viel zur Evakuierung. Und jetzt? Verdammt, wir kommen nur mit dem Heli hier raus. Aber wir müssen an einer Menge Kanonen vorbei. Ins Hochhaus. Los. Ihr zwei geht. Ich geb euch Deckung. Vergiss es. Keine Widerrede jetzt. Haut ab. Er hat recht. Los, komm. Okay, das war schon ziemlich halbblütig. Sobald wir beim Heli sind, rennst du los. Keine Panik wegen mir. Mach doch los. Wir müssen runter. Oh, schön. Schwer sich, sie brechen durch. Lade nach. Kontakt. Hallo. Sind unterwegs. Das war die Spezialeinheit. Ich wusste es halt ein bisschen aggressiv abgetieren. Ne, achso. Wir sind fast draußen, Lugo. Wir warten schon auf euch. Ah ja. Not gut. Ui, alter. Ähm, ja. Ja. Was? Jetzt rennt der aus. Ich kann euch helfen. Du hast nicht mehr als Ziel. Tango erledigt. Hör für Ganate. Ganate. Deko. Na, toll. Tango erledigt. Warum rennt der da auch einfach raus? Ehrlich. Dumm wie Kacke. Ah. Warte auf ein Ziel. Ja, der ist das so ungünstig. Oh Gott. Ich brauche Hilfe, Walker. Komm schon. Du bist okay. Los, los. Oh, oh. Nein. Nein. Weil er so dumm ist, ohne Witz. Der hat uns gerade alle beide umgebracht. Das gibt's doch nicht. Wer läuft da einfach raus, wenn da unendlich viele Gegner sind? Oh. Dumm wie Scheiße so was. Ich hasse so deine KI. Und ich hasse es, wenn du dann so eine ewig lange Zwischensequenz hast und dann, wenn du zehn Minuten nach der Zwischensequenz immer noch äh, spielst. Oh, lol. Dass wenn du stirbst, dass du dann wieder diese scheiß Zwischensequenz hast. Er ist ungeschützt. Arsch. Weh, du bist wieder so dumm. Lol. Lol. Ja, ich war klar, dass sie wieder liegt. Zehn Uhr, auf der Treppe. Dankeschön. Ähm. Ja. Ich muss ihn erstmal heilen, okay? Was? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Was? Der lebt noch? Warte auf ein Ziel. Komm raus. Ich muss jetzt heilen. Nein. Nein. Ich hab grad Leertaste gedrückt. Ich hab grad Leertaste gedrückt, um den zu heilen. Und was macht er? Er lehnt sich wieder gegen die Wand. Und weil der nicht rauskam. Der ist so dumm. Der ist so dumm. Ich hasse dumme KI. Boah. Ne. Da krieg ich einen Hass des Todes. Ehrlich. Ein Fotze. Eier. Weil Heli sind, rennst du los. Keine Panik wegen mir. Mach dich los. Los. Sorry. Ich hasse sowas. Mann. Wir sind fast dausend, Lugow. Wir sind fast dausend, Lugow. Du nur einschmelzen. Wir sind da ja sicher zu tun. Alle Mann bereit machen. In der Durchgang. Diese Swallow-Truppe. Eins verdammt ernst. Auspassen. Tango alienate. Ich hab echt einen Hass auf den, ne? Ohne Witz. Ich hab echt einen Hass auf den, ne? Ohne Witz. Ich kann dir helfen, Boss. Nenn mir ein Ziel. Werfen Kanate. Zehn Uhr. Auf der Treppe. Oh Gott. Ich brauche Hilfe, Volker. Gegner erledigt. Warte auf ein Ziel. Ach, ich schaff's nicht. Geh' die Treppe links von euch. Lade nach. Haltet sie mir vorbleib. Vorwärts. Aber schon. Ohne Witz. Was für ne Scheiße. Oh. Scheiße. Und der schweren Beschuss. Lade nach. Ja, was? Ich... Warte auf ein Ziel. Treff doch. Warte auf ein Ziel. Warte auf ein Ziel. Kann das sein, dass Ziele ich selber suchen. Schrotflinte auf dem Feld. Rechts. Oh. Danke dir. Geh'n geschehen. Feind getötet. Erledige den Penner bei den Tanks. Feind, bekommst Verstärkung. Ich kann dir helfen, Boss. Nenn mir ein Ziel. Du schalt die Kerne aus. Wie sagt man? Ja. Schnappt euch das Arschloch mit dem Esser. Feind ausgeschaltet. Hab' ihn. Ich kann dir helfen, Boss. Nenn mir ein Ziel. Ja. Nimm halt selber mal ein Ziel. Das ist ja... Katastrophe mit dir. Ich hoffe, dass sie da jetzt nicht rauskommt, weil ich werde da rüber rennen. Obwohl, nee, lieber nicht. Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, du bist lustig. Der Typ hat sich wieder killen lassen. Endlich. Lass ihn an, Adams. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Lugo, schwing deinen Arsch her. Bin unterwegs. Gib mir Deckung. Verkommen sie. Wo kommen sie denn? Bin unterwegs. Nicht auf mich zielen, ja? Ja, genau. Das haben sie überlebt. Ist klar. Ja. 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 Ich sehe gar nichts, aber... Äh, lol. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Achso, der gehört zu uns. Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Ja, ey. Ja, wirklich. Alter, ich verreck gleich. Und ich weiß nicht, wo ich hinschieß. Sonst soll ich... Das Spiel ist aufs Meer. Boah, echt ohne Witz. Ich kann diese Spiele nicht leiden. Ich spiele es nur noch zu Ende. Ich habe so die Startzeit voll von dem Spiel. Das ist echt pervers, Alter. Komm schon. Komm schon. Das sind so Unmengen an Gegnern. Ja, ich kämpf, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen soll. Sehen tust du nichts. Treffen tust du nicht. Ja. Er lebt noch. Da kommen wir die ganze Zeit raus. Ich muss da oben mal aufräumen. Ey. Sag mal. Sind die Kugels sicher oder was? Da kommt noch mehr in dein Schussfeld. Da kommt noch mehr in dein Schussfeld. Da kommt noch mehr in dein Schussfeld. Hinter mir. Sie kommen hinter mir. Hier gibt mir Deckung. Scheiße. Diese Bummel. Nein. Oh, danke schön. Oh, ich dachte schon. Ich habe richtig Brauchsschmerzen beim Spiel. Ich will da runterschießen. Ich sehe keine Gegner. Da. Können wir das Glas kaputt machen? Oh, geil. Was fliegt der Bezeugtzaun? Sollten wir nicht einfach flüchten? Wir geben sich mit Absicht in Gefahr, doch noch getroffen zu werden. Hörst du das im Gehen? Wir bringen uns hin. Wir denken schnell weg wollen. Wo kommen die ganzen Leute her? Ja, echt, das ist sehr, richtig hart. Ich meine, wo kommen die her? Die waren gerade nicht da. Ist da noch wer? Ach da. Noch mehr? Ja. Der Funkdruck ist weg. Oh Gott. Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, aber Conrad. Ich hoffe, er hat aufgepasst. Achso, jetzt sind wir bei der Sequenz von Anfang wahrscheinlich, oder? Um den Heli gebogen sind. Adams. Schaff uns hier weg, verdammt. Ja, Sir. Shit. Was ist? Wir kriegen Besuch. Müssen wir hier jetzt nochmal machen? Oh Gott. Ja. Moment, hier stimmt was nicht. Tja, jetzt ist es zu spät. Nein, ich meine, das haben wir doch schon getan. Wie meinst du das? Ah, scheiß drauf. Das ist doch ein Klacks. Mach die Wichser einfach fertig. Das haben wir schon getan. Ja. Ja. Ich entschuldige mich wieder, wenn es zu laut ist. Wow. Kriegt das Ding denn nicht schneller? Adams, zurück drauf. Mach ich doch. Ja. Ja. Ja, weil es ist so laut. Es geht aber nicht leise. Ich habe eh schon komplett auf eins. Das ist Minimalste vom Sound her. Loll. Ah. Tschüss. Herrgott, wie viele sind es denn noch? Scheißegal, halt das Ding ruhig. Da kommt noch ein Misserl. Herrgott, schieß dieses Misserl ab. Habe ich doch schon längst. Hey, ich muss doch mal den Pfarrer. Dankeschön. Das ist genau die gleiche Sequenz wie am Anfang des Spiels. Oh, aber ohne die Raketen. Also am Anfang waren keine Raketen da. Äh. Wow. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Vorsicht, Vorsicht. Und weg. Aber lieber können fly. Nein. Nein. Captain Walker, können Sie mich hören? Na, keiner? Öffnen Sie die Augen, Walker. Sie sollen sehen, was Sie getan haben. Dabei sollte längst tot sein. Wir sollten diese Menschen im Stich lassen. Stattdessen wählten wir die Familie. Nicht alle von uns. Was? Wer ist da? Eines eurer Opfer. Der, der nur Befehle ausführte. Sie ließen uns keine Wahl. Ihr hattet immer die Wahl. Ihr habt nur Scheiße gebaut. Ich... Wir wollten euch retten. Tief drin wussten sie, dass wir alle sterben müssen. Es war nicht meine Schuld. Captain! Lugo! Hilfe! Über 5000 Menschen lebt noch in Dubai. Am Tag bevor sie ankommen. Wie viele sind wohl heute noch am Leben? Wie viele werden es morgen sein? Ich dachte, ich soll diese Stadt vor dem Schwung schützen. Falsch. Ich muss sie vor Ihnen schützen. Walker? Bist du da? Verdammt, Walker! Wenn du lebst, dann antworte mir! Kerl! Was? Ich bin's, Adams! Scheiße, Mann, wo steckst du? Weiß noch nicht. Ist Lugo bei dir? Nein, der ist seit dem Heli-Absturz weg. Fuck! Und wo bist du? Folge einfach dem Rauch. Gut, ich komm zu dir. Folge einfach dem Rauch. Uh. Kleiner Ruckler. So, ah, nein, ich mach da und jetzt so zurück. Und dann, so, genau. Und damit beenden wir diese Folge und freuen uns auf die nächste Folge und schauen, wie es weiter geht. Bis dahin. Ciao.